Wir wussten ja schon, dass wir Modern Warfare 2 Remastered Maps bekommen in Modern Warfare 3, was Ende des Jahres rauskommt. Das wurde jetzt bestätigt. Folgende Maps werden zum Release spielbar sein. Highrise, Subbase, Estate, Terminal, meine absolute Lieblingsmap, Wasteland, Afghan, Rust, Underpass, fand ich nicht so geil, Invasion, Karachi, Quarry, Skidrow, Scrapyard, Rundown, Favela und Derail. Auf welchem Map folgt ihr euch am meisten?